toll folgen gar nicht das ist das muss er kommt jetzt ein so einig vorliegt und ja das ist das was ich jetzt schulbuch aus und nicht mann schweizend schüler zu nehmen und spielte Steck, ne? Kampel ich hier 20 Minuten lang rum, ey. Ey, komm, hier muss doch noch einer sein. Irgendein jugendlicher Streber. Keine kleine Kinder, keine, keine Mädchen. Ja, da, jetzt ist sowieso vorbei, weil hier alle im Unterricht sind. Super. Sperre ich ihn. Ja, gut, dann lassen wir's jetzt. Spieleleit. Ich schätze, wir haben Mathe. So wie das hier aussieht, ja, wir haben Mathe. Oder? Das ist Mathe. Okay, Leute, die Klasse ist vorbei. Äh, ja, Mathe. Mathe 2. Ja, ja, das ist genug, Chatter, Leute. Eyes on the board. Warum ist eine... Hey. Ihr könnt nochmal zurückspulen, vorne an der Tafel. Oh, sorry. Okay, äh, das ist eine Weltkarte und rechtzeitig ist auch eine Weltkarte. Also, ziemlich... ziemlich unlogisch, aber egal. Ähm... Ja, äh, äh, was ist am kleinsten? Ähm... Das da. Das ist am schnellsten. Hä? Wie viele Dreiecke? Ich sehe zwei. Drei. Du bist besser als das! Nein! Du hast nicht sogar versucht, oder? Was? Ich habe für wenig Zeit. Ähm... Minus 12. Was ist am höchsten? Ähm... 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 Zwei ist das? Was ist am größten? Was ist die höchste Zahl? Das. Was ist am niedrigsten? Ja, das Bobelhaus. Was ist am langsamsten? Ähm... Schildkröte. Ähm... Das ist... Pay attention! Äh... Wie viele Dreiecke? Ja, jetzt aber nur zwei. Ähm... Nein. Das ist das genau. Was ist am niedrigsten? Das Bobelhaus. 25 gleich. Einmal 25. Ähm... Minus... Scheiße. Minus 7. Wie viele Kreise ist das? Was am schnellsten? Ähm... Das... Ähm... So viel... Ähm... Das... Aber geschafft. Wir haben's geschafft. Welche Zahl ist am niedrigsten? Das. Was am größten? Egal. Wir haben's geschafft. Ich habe zu sagen, ich bin mehr als ein bisschen zufrieden. Ah, Mann. Ich habe einfach... Scheiße, viele Erlaubnis. Beispielsweise das mit den Dreiecken. Ich... ...hört. Mathe. T-Shirt. Ich werde mit euch kein ernstzunehmender Spieler hat das an. Kein ernstzunehmender Spieler hat das an. Kein ernstzunehmender Spieler hat das an. Na, egal. Ähm... Na, hier ist er. Spinnend. Dann machen wir den auch nochmal ganz kurz. Ja, wenn du rein.. Kein epische. Hao, ha rein. Das ist noch rechts! Ja hau rein! Ja hau rein! Die Lehrer kommt. Banane. Super. Es ist wirklich schon eine... Ich werde dich für so! Ja sicher! Du bist nicht so! Ich bin nicht so! Du bist nicht so! Ich bin nicht so! Ich bin nicht so! Ska, naja! Warte mal... Ist man eigentlich noch für neben... Zeitungssymine... Ja, nichts mehr, leider. Falls überhaupt was noches gibt, keine Ahm. Ähm, gut. Einen, 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 Einen? Einen... Einen, Einen, Einen... Wenn ich sehe, dann... Dann können wir wahrscheinlich... Ah, ja... Bevor ich das mache, sprecher, ich habe noch einmal... So, hätten wir auf einmal gespeichert, äh, eier hätten wir auch noch aufbauen, und machen wir überlegen. Garry will get what's coming to him. What's wrong with you? Nothing. Well, you're sitting around watching TV by yourself like a loser. Someone crap in your bed? What's wrong? Well, for one moment I had friends. Just one moment. You and Garry. Yeah, Garry's a snake, and you're a psychopath. Ah, come on. You both bullied me mercilessly, but at least I wasn't left out. And now I'm back on my own, and I'm too cool to be a dork, and I'm too dorky to be anything else. You're not on your own. Where is everybody? At the bike race at Old Bullworth Vale. By shiny bikes at the beach. Bike race? Why didn't you say so? Come on! Manchmal he's a Garry. Manchmal he's a P-T. Manchmal he's a Garry. I still got my hand here. Go. Hello, Garry. Why do I get the main name? Diebstahl or something? ähm, na egal aber echt, äh, manchmal steht da äh, Peter jetzt, oder Peter manchmal Pete, manchmal PT ich hab mir einfach mal so einen Namen zu geben, der dann auch einheitlich ist na egal ja, gut, ähm dann machen wir mal da hin, ne ich hab's jetzt wahrscheinlich ein bisschen mein Ding ähm sowieso, harte, harte na ja muss eigentlich nicht sein ach, er war natürlich schon da, Peter oh, Peter, ich bin ja er ist natürlich so übel schnell und, sicher you pathetic wretches ah, don't make me laugh they've got nothing on us gut gut so okay, ich denke das geht ich war kopf doch nicht wenn wir jetzt schon ein bisschen abstopfen das blöde schätze ich mal wird nur sein, äh, enge Räume und und, ähm ja, so was ich hier jetzt ach, scheiße, da muss ich kein ah, fuck mwaa kann ich ja können hallo, ich mich gar nicht fuck, ey eh du fälltst zurück nicht ell juhu juhu, dem Passach Okay, ähm, warte mal, was ist denn jetzt hier noch? Bayren ist jetzt da hinten. Stumm, aber okay. Gut, dann machen wir es einfach nochmal, ansonsten hätte ich jetzt neu geladen. Das ist ein Blutpray! Vor der Treppe. Ja. Das muss man noch mal sagen. Startbäder. So, jetzt ohne Sequenz und so. Ja, okay. So, okay. Moment, bitte. Aber die Lenkung mit dem Fahrrad, ey, die ist echt scheiße. Man lenkt, man kann nicht so ein bisschen lenken, sondern wenn man ein bisschen lenkt, dann lenkt er entweder gar nicht oder direkt ganz weit. Das ist das Blut. So, jetzt sind wir nicht da hoch. So, dann, wo weiter. Und einer hängt richtig zurück. Na los! Oh, das war auch schon so. Ah, nee. Davon lassen wir uns jetzt nicht verführen. So, ja, die Donnenbundenbanks. Das holen wir aber jetzt nicht. Eine Sekunde um sieben vor. Warte, was? Los! Ähm... Ach, komm schon. Ja, falls man das jetzt hört, das sind nur... Ja. So, ähm, ja, das war... So, wie lange sollten wir das mal gehen? Ich denke, das ist ein Strand. Ich glaube, das ist ein Strand. Oh, nein. Oh, nein. Ich hole mich zum Schlagel. Okay, das war doch schon so. Ich muss das wieder aufholen. Ach, die werden sogar noch mit Eiern, die sind Penner. Nein, nicht dadurch. Wieso werfen die Huber mit Eiern, ey? Ich werfen die Glässe Feuerwerkskörper. Sollen wir jetzt hier ordentlich fahren? Das machen die nur bei mir, ey. Hauptsache ich verkalko, ey. Und so sehen ist das Spaß aber nur. Ja, ey. Ich muss natürlich Fahrradfallen schön in die Schlucht runter und dann schön aufs Gesicht. Steine oder so. Ja. So. Jetzt hätten wir aber eine Runde fertig. Aber da oben geht's auch eine Runde und ein Sprintgerätchen. So. 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 mit dem Szenen Prozent und fünf Prozent der Konzert um und wo um ein Jahr und wo wir schon sind von Köln ja auch kommt noch mal Stuttgart ja Ja, du willst eine C-785, dann verabschiede es und verabschiede es mit einem 767 in Titanium. Sehr expensive, aber es wird deine Maschine fly. Das ist was die Pros machen. Really? Ich hatte einen 976, weil ich dachte, dass ich mich wichtig fühle, in meiner Gruppe zu sehen. A 976? Was, bist du eine Frau? Oh, hier ist der Mann, der gewonnen hat! Hey! Du kam für dein Trophäe, huh? Yep. Oh, hier ist sie, schön. Möchtend, Plastik, mit Aluminum, mit dem Namen verabschiedet. Excellent. Great. Schau mal an das. Ein paar Leute, deren Karriere die Arbeit ist, um in den Storien zu arbeiten. Fabulous. Ich liebe es, wenn die Leute wissen, dass sie ihre Platz in der Welt sind. Well, deine Platz in der Welt ist in meiner Toilette, du wunderschön, Turd. Du hast sogar die Toilette in deinem Trailer? I couldn't imagine it. You guys are a bunch of scumbags, aren't you? What you got? Bring it, come on. Nice Trophäe. Here, let me see. Come on! Hey! Give me that back! Ich will gleich hinterherwenden. Egal. Egal.